Luna Marie Schweiger 11. Januar 1997 in Berlin, ist eine deutsch-amerikanische, 1, Schauspielerin. Luna Schweiger ist die Tochter des deutschen Schauspielers und Filmproduzenten Till Schweiger und der Modedesignerin Dana Schweiger sowie die ältere Schwester der Nachwuchsschauspielerinnen Emma und Lily Schweiger, 2. Ihr Filmdebüt gab sie 2007 mit einem Kurzauftritt in Keine Ohrhasen. 2009 spielte sie neben ihrem Vater Till eine der Hauptrollen in dem Film Phantomschmerz. Es folgten kleinere Rollen in Filmen ihres Vaters Zwei Ohrküken und Kokova. 2011 moderierte sie gemeinsam mit ihren beiden Schwestern Emma und Lily die deutsche Tierserie Die Pfotenbande, 3. Eine weitere Hauptrolle an der Seite ihres Vaters folgte 2012 in Schutzengel. Für ihre Rolle erhielt sie 2013 den Publikum Spreis Jupiter Award als beste Schauspielerin national, 4. Im 2013 aus GE strahlten Fernsehfilm Willkommen in Hamburg der Fernsehfilm-Reihe Tatort spielte sie an der Seite ihres Vaters die Tochter Lennie des Kommissars Nick Schiller, 5. Im gleichen Jahr trat sie zusammen mit ihrem Vater in einem prominenten Spezial von Rette die Million. Auf, 6. Am 16. Januar 2014 war sie abermals neben ihrem Vater in einer Ausgabe der Spielshow Das ist spitze. Zu sehen, ebenso am 9. April 2015 beim Quiz-Duell im ersten Promis-Special. In den folgenden Hamburger Tatorten Kopfgeld, der große Schmerz und Fegefeuer sowie im Kinofilm Schiller, auf Duty spielte sie erneut die Rolle der Lennie. Im Sommer 2016 nahm Schweiger zusammen mit ihrer Mutter Dana an der RTL-Tanzsendung Dance 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 teil, bei der sie in der ersten Folge ausschied. In ihrer Freizeit reitet Luna Schweiger, sie tritt als Springreiterin überwiegend bei regionalen Turnieren an, 7, 8, 2018 wirkte sie, unter 26 Teilnehmern, beim RTL-Ninja-Voria-Germany-Promis-Special für den RTL-Spenden-Marathon mit. Am 9. November 2019 unterlag sie in der ProSieben-Show Schlag den Star Vanessa Mai, 9. Im Juli 2016 gab Schweiger Medien wirksam bekannt, im Fall eines Wahlsiegs Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft abgeben zu wollen. 10. Nach dem tatsächlichen Wahlsieg Trumps verkündete Schweigers Management, dass diese Aussagen nicht ernst gemeint gewesen sei und Schweiger ihren US-amerikanischen Pass voraussichtlich behalten werde. 11. Punkt